Was ich ja angenehmer finde als Brandbestien. Das stimmt. Weil Todeskrallen, die sind nicht mehr so die Gefahr. Nee. Also mir ist heute eine Alpha Todeskralle entgegengekommen, die eben ihr Nester auf der Straße gebaut hat, warum auch immer. Das mord es. Dankeschön fürs Abo. Dankeschön. Schon wieder teilen, wieso nicht? Dankeschön. Fünf Monate schon. Entschuldigung, Madl. Entschuldigung. Kein Problem, Gott's Willen. Und welche Serie hatten die denn? Weißt du das? 50, glaube ich. 50, okay, gut. Ich müsste jetzt 45 sein oder so. Okay. Okay, ich... Wie gesagt, ich war halt in höherleveligen Gebieten unterwegs. Ja, ja. Mr. Sun ist auch da. Und Simonowitsch. Hallo. Der schreit hier rum im Chat. Fallout. Mr. Sun, das kann ich leider nicht lesen. Weiß ich nicht. Konnichiwa? Ich habe keine Ahnung. Einen guten Tag. Okay. Nee, auch beim Whitespring heute, weil er so ein hochläufiger sein, direkt da auf dem grünen Rasen seinen Camp aufgestellt hatte, war da eine verstrahlte 91er Todeskralle. Okay. Die habe ich dann mithilfe der ganzen Bots gemacht, die so rumgelaufen sind. Es war, ja, sehr erfrischend. Ist, glaube ich. So, ich müsste eigentlich deiner Welt jetzt beitreten. Ich hoffe, das klappt jetzt. Braucht ihr wieder eine rechte Hand oder nicht? Na ja, Simonowitsch, wenn du das erträgst, mit uns rumzurennen, kannst du, bist du gerne eingeladen. Klar. Ob ich, guck mal, ich habe extra noch geschlafen und ein bisschen Musik gemacht, damit ich mich richtig gut fühle. Kann ich jetzt mal eben Warte beitreten? Ob ich Erdbeben in Japan miterlebt habe? Ich glaube, da sind am Tag sehr viele Mikroerdbeben. Ich habe garantiert ein Erdbeben miterlebt da, ohne es zu merken. Das ganze Hochhaus hat immer auch ständig gewackelt, habe ich das Gefühl gehabt. Liegt aber vielleicht auch daran, weil ich Höhenangst habe. Also von daher. So, ich lade dich mal ein. Ah, Simonowitsch ist in den Schädel gekommen. Das Typ. Was, was frage ich eigentlich so blöd? Sicher brauchen die wen? Okay. Das ist fies fast. Ja, eigentlich schon. Warte mal. Ich meine, es entspricht der Wahrheit, aber es ist fies. Ich wollte ihn gerade einladen. Also, Vorsicht. Nein. Oh, nein. Nee, warte mal. Er muss erst mal eben online kommen, dann geht das. Gestern war eins in Deutschland. Im Ernst? Okay. Aber nicht hier bei uns. Ich habe nichts gemerkt. So, jetzt muss ich erst mal die Quests auch wieder online schalten. Was war das nochmal? Was ist das? Irgendwas mit dem Wendigo hatten wir, ne? Genau, ja. In die Wendigo-Höhle wollten wir. Aber ich schaue noch, dass ich das da lasse und das mitnehme. Das war... Gar nicht wahr. Ich... Nein. Oh, ist schon gut. Ich verstehe das. Warte mal, gleich... Ich sag schon wieder, schaut herum. Welche Quest war das denn? Ich muss mich erst mal wieder sammeln, hier. Reicht heute wahr für mich. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ich drücke mal falsch. Ich reise jetzt mal zu dir. Ja, ich habe dich jetzt gerade wieder eingeladen. Ich seh's gerade, ja. Am Ladebildschirm. Und jetzt ist er so lang, dass gleich wieder kommt, dass du meine Einladung abgelehnt hast. Wahrscheinlich. Das passiert nämlich aus Versehen. Wenn du eingeladen... Das finde ich eigentlich nur ein bisschen unberuflich. Ich seh' dich. Hey! Oh, Level 46. Oh, ich schäme mich. Ich schäme mich. Ich habe nur Level 38. Yay! Wir sind ein Team. Sehr schön. Hast du Simonowitsch schon eingeladen? Nein, noch nicht. Kann ich mal eben machen. Ich muss ja üben. Nee, ich kann ihm nur beitreten. Hä? Was? Ich glaube, Simonowitsch muss erst mal auf unseren Server kommen. Kann das sein? Ich kann ihm sonst nur beitreten. Ich kann ihn nicht einladen. Kannst du ihn einladen? Ich kann ihm auch nur beitreten. Hat das was mit dem Server zu tun, dass der voll ist oder was? Keine Ahnung. Das wäre ja ein Ding, wenn der voll ist. Simonowitsch, soll mal zu uns kommen auf die Welt oder es suchen? Beziehungsweise im Chat schreiben, wenn es sich geht. Ja, genau. Probier mal bitte, Simonowitsch, ob du... Schau dir mal meine Baupläne durch, ob da irgendwas dabei ist, was dich interessiert. Warte. Kenne ich alles schon. Kennst du alles schon? Ja. Sollte man nicht meinen, ne? Oh, brauchst du noch... Nein! Was? Brauchst du noch hier einen 40er? Bleib! Nein, ich wollte gerade die 10 Millimeter rübergeben, die ich habe. Warte. Ich gehe mal auf das. Ich gehe mal nur auf die Angebote. Das ist immer einfacher. Genau, x. Cool, danke schön. Dann lasse ich die... Hallo, Simonowitsch! Dankeschön! Da ist Simonowitsch! Level 60, ich glaube es ja wohl nicht. Ey! So, warte mal, wenn er hier ist, dann muss das doch jetzt gehen, oder nicht? Ich gehe halt in ein Team einladen. Ach, hast du schon gemacht, sehr schön. Habe ich schon gemacht, ja? Ist bei drittens, sehr gut. Pandoron, schön, dass du da bist. Er grüßt die zwei Damen vom Meierlöck. Hallo, Pandor. Sehr schön. Warte mal, ich habe, glaube ich, so 144er Patronen, falls du noch brauchst. Ah, okay. Ja, nehme ich gerne. Alles andere habe ich jetzt rausgeschmissen aus der Kiste. Oh, 146 sogar. Uuuuuh. Schön. Ich will nur den Buff haben, Simonowitsch. Yay. Ja, ich bin extra ein bisschen umgeräumt hier. Ich konnte nichts anderes machen. Ah, jetzt geht's. Das dauert lang. Ich schaue mal, ob ich irgendein anderes Instrument bauen kann, aber ich glaube nicht. Nee, ich konnte nur die Tuba. Alles andere ist so wahnsinnig teuer, wenn man die kaufen kann. So, warte mal. Ich schmeiß dir mal, ich schmeiß dir mal eben die Muni hin. Dann bin ich dir auch schon mal los. Ach. Hier liegt die dezente braune Papiertüte. Was ist das? Kann man nicht irgendwie Feuerzeug oder sowas machen? Feuerzeug? Ja, hochhalten und hey. Ach so. Hey. Mal, wenn die Patronen liegen hier. Ah. Ich mache jetzt was für Kaira daher. Warte mal. Was für Kaira? Oh. Ja. Was für Kaira. Neben die Couch. Ich weiß was, ich weiß was. Neben die Couch. Wenn ich es beziehen kann, ich kann es nicht platzieren. Oh, was? Ich muss es um platzieren. Och. Ich weiß was du meinst. Ich muss es um. Ja. Ich glaube ich muss es um platzieren. Da wollt ihr auch nochmal gucken. Ist das euer Ernst? Immer. Tot Ernst. Ich stelle es neben die Wasserpumpe. Ja. Geht das, geht das, geht das, geht das. Ja. Oh. Er hat immer genügend Wasser. Oh, wie süß. Ja. Amingo. Ein Bild für Kaira. Schön. So. Ich glaube alles andere habe ich. Ich weiß nicht wo die Musikinstrumente sind. Wir gehören nicht zu Deko oder sowas? Sonstiges? Ich glaube die ganze Deko, meine ich. Wirklich. Ah, Simonowitsch, du wirst schon alle Baupläne haben, aber warte mal, ich handel dich mal an. Ich kann mich nicht bewegen. Ich stelle dir ein mobiles Crew draußen hin, falls du eins brauchst du mal. Okay. Das wollte ich sogar, ich habe sogar schon mal geguckt, ob ich das irgendwo kaufen kann. Kann ich, das kann ich nicht herstellen. Ach so, weil, ah okay. Budget. Was denn? Budget ist voll. Oh. Ja, ich musste das hier erweitern, weil mein Camp angegriffen wurde. Hast du schon mal so eine Meldung gehabt, dass dein Camp angegriffen wurde und du dahin musst? Nein. Hatte ich nämlich vorhin beim Spielen und da musste ich hierher und dann kennst du ja den Ladebildschirm, ne? In der Zeit haben sie mir schon ein paar Wände weggeschossen und deswegen habe ich das Camp schon erweitert hier. Das ist ja doof. Schau dir mal die Baupläne an, ob irgendwas dabei ist, was du haben möchtest. Ansonsten leg ich die halt irgendwo ab. Und ich habe einen Bierhut für dich. Jawohl, Schwester. Ich glaube, ich will den tragen, oder? Ich habe niemals angeboten. Das ist eine Ehre, den zu tragen. Da baut man fleißig rum, aber für ein Kackhaus ist kein Platz. Well done, Bethesda. Well done, ja, Pandora. Ich glaube auch. Ja. Ist ein bisschen schade. Fertig. Okay. Okay. Hat er ihn genommen? Hat er ihn genommen? Hat er ihn genommen? Warte mal. Ich bin in Discord momentan. Ach so. Ja, grüß schön. Ich glaube, ich habe die Quest nicht mehr. Kann das sein? Verdammt. Das ist was anderes. Einer hat den Bierhut nicht genommen. Awww. Naja, er ist ja auch ein Bruder, keine Schwester. Also von daher. Aber sonst, die Rezepte und die Baupläne sind alle bekannt, oder? Ah, hier ist einer angefragt, okay. Warte mal. Okay. War das nicht das? Medican? Schließe Rose Quester um den Vertrauen zu geben. So was anderes, ne? Ne, weiß nicht, Rose. Aber ich habe auch in Höhenangst in Spielen. Es kommt drauf an, wie real das Spiel ist. Ähm, ne, ich muss sagen, jetzt in Power Rüstung hier in Fallout liebe ich es runterzuspringen in Power Rüstung. Das macht, das kribbelt so schön. In den Bauchnabel. Also von daher. Sehr gut. Gut, dann schlüpfe ich noch geschwind in was Big Bameres. Mhm. Hey! Ist die Wunderwitsch! Schön! Oh, warte mal. Ich drück mal, ich drück mal falsch. Yay! So gehört sich das. Hey! Ich bin jetzt schön. Der Vorlinge! Wie schön. Die Bios Gang. Da muss ich mich auch noch mal eben umziehen. Warte mal, ich hab... Man kann sich ja in der Power Rüstung nicht umziehen. Das ist ja das Doofe. Stimmt, ja. Warte mal, ich muss mich auch kurz umziehen. So, Moment. Da muss ich hier mal rauskommen und so aus die Baurüstung. Äh, Kleidung. Kleidung, Kleidung, Kleidung. Erstmal den hier. Dann das hier. Dann das hier. Und dann geht das auch noch? Das geht auch noch. Das alles zusammen. So. Jetzt kann ich wieder reinsteigen. So schau ich aus. Hab ich gefunden. Unterwegs. Das ist ja cool. Das sieht aus wie eine Schamanin oder sowas. Ja. Das sieht ja richtig cool aus. Das ist ein Kultistengewand. Cool. Ein rituelles Gewand und eine rituelle Maske. Das finde ich richtig gut. Hat überhaupt keinen Schutz. Aber es sieht hübsch aus. Oh, Madel. Ab 18. Na, VR. Ich weiß nicht, ob das was... Ich hab's noch nie ausprobiert. Es könnte aber passieren, dass mir schlecht wird. Huch. Bei mir hast du keinen Helm auf. Aber den Bierhut. So. Jetzt müssen wir den Helm wieder haben. So. Was machen wir? Ja, mir ist es gleich. Was war mit dem Wendigo? Hast du das schon gemacht? Nein. Aber ich zulegen auch geschwind. Aha. Okay. Naja. Ich hab schon wieder irgendwas aufgesammelt. Das sehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Wie kam sowas noch passieren? Dolna Rhone, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Dolna Rhone. Wieso ab 18? Wieso? Unterwäsche ist nicht ab 18. Das ist... Ich dachte... Naja, stimmt. Auf Twitch rennen genügend leicht bekleidete rum. Also von daher... Äh, ja. Hast du recht. Muss das sein. Hast du recht. Ui. Madel, wer hat dir denn Hörner aufgesetzt? Sie selber. Ja. Hui. So, das Problem ist, diese eine Wendigo-Quest habe ich nicht mehr. Genau. Wir sollten ja in diese... diese... äh... wendige Höhle wieder reingehen, ne? Findet ihr den Schlüsselteil des Gourmets. Genau. Die habe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben ist. Bei den Hauptquests hast du... Schlüssel zur Vergangenheit. Ich habe... Schlüssel zur Vergangenheit. Ach doch! Hier! Da ist es! Ah, jetzt habe ich es wieder. Oh Gott der Tank. Schlüssel zur Vergangenheit. Ja, das liest man da nicht so raus, ne? Aber du hast es wieder. Ja, habe ich. Okay. Die Höhle östlich von Bolton Greens auf der anderen Seite des Berges. Genau. Genau. Das heißt, ich könnte eventuell, falls da ein Wendigo ist, aber ich glaube nicht, dass da ein Wendigo drin ist in der Wendigo-Höhle. Ich rechne eher mit etwas ganz anderem. Ja. Ähm... Ja. Sonst könnte ich das immer noch machen, dass ich ein Clowns-Kostüm anziehe. Ich habe eins dabei. Hast du es mit? Ja. Hast du es mit? Okay. Ich habe es dabei. Dann reißen wir uns hin. Jo. Würde ich sagen. Dann... Ich reiße mal hin und ihr kommt es nach. Okay. Machen wir so. Verknackst dir nicht den Glöchel, Simonowitsch. Der hüpft da so rum. Oh, du bist ja schon da. Ich lade hin, ja? Ja. Aber wenn ich schon da bin, kann es nachkommen, ja? Ah! Unser Dreierfoto vom letzten Mal auf der Rutsche. Ah! Schön! Aber das finde ich wieder eine schöne Sache hier. Wenn solche Bilder mal angezeigt werden, die man gemacht hat. Das stimmt schon, ja. Simonowitsch. Gib Daumen nach unten. Wieso? Was? Doch, das Foto ist schön. Daumen nach unten. Was? Panik jedes YouTubers. Wow, was knallt hier so? Ich... Ich... Ich kann mich nicht bewegen! Und irgendwas... Achso, es war ein... Ich stand neben dir. Es war ein... Offizier. Und da kommt noch einer, glaube ich. Oder war es Simonowitsch? Ich glaube, wir laufen. So. Richtig, mit der Uniform, ne? So. Richtig, abknallt. Da ist die Höhle. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ich auch. Ich gehe aber diesmal nicht unter den Wasserfall. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Bitte. Ja, ein Foto vom Dreier letztes Mal. Genau, muss das sein. Oh Mann. Oh Gott. Wir haben ein Sandwich gemacht. Es fängt schon gut an. Es fängt schon gut an. Huch. Gule. Au. Ich lade noch. Ja, die sind... Aber gleich beim Reinkommen ist das schon mies, ne? Die drei von der Post. Ach, Madel haut sie alle weg, bevor ich da hinkommen kann. Jetzt Simonowitsch haut die alle weg. Ach so. Ich hau sie nur an. Ja, right away. Aber brauche ich auch inzwischen nicht mehr. Wieso nimmt der immer das andere Gewehr? Ja, ich versteh das nicht. Die sind aufgedunsen mal. Das ist so ein Verbrannt, ey. Ähm. Ne Waffen. Wieso verschmählich in den... Hast du das auch mal, dass bei dir irgendwie die Links rausgenommen werden? Die Favoriten? Bei den Waffen? Nein. Bei mir verschwinden immer die Favoriten aus den Waffen. Das ist ganz merkwürdig. Ne, bei der Weib roll ich auch nicht mehr. Da sind ein paar Leichen. Oh, 5, 56. Kann ich tatsächlich jetzt mal gebrauchen? Das sind meine Soundskiste, die hab ich grad aufgemacht. Ähm. Ich hab schon mehr Durst. Hm. Ich hatte die Ruhe. Hm. Das ist gar... Das ist gar... Ich hatte die Ruhe. Ich hatte die Ruhe. Ich hatte vorhin Würmer. Macht nichts. Oh Gott. Hatten wir ja schon, ne? Wir hatten die Ruhe weg. Genau. Ich nehm nur die ganzen Pilze und so mit. Weil ich glaub, ich hab allein durchs Kochen schon 2-3 Level gemacht. Oh. Ich nehm immer alles mit und verkoch alles. Das ist eine gute Idee. Und schweißt dann wieder weg. Ah, jetzt bin ich... Bin ich mir jetzt. Gibt, glaub ich, Hirnpilzsuppe, ne? Ich hab... Ich hab Ladebildschirm. Ähm. Ich, äh... Da geht's raus, da geht's raus, da geht's raus. Simono ist da, glaub ich, auch gerade rausgerannt. Der ist, äh... Ich geh wieder zurück. Äh... Okay. Ich lade irgendwo hin, aber... Ein anderer Eingang gewesen. Okay. Warte mal. Von... Da sind wir gekommen, glaub ich. Das heißt, wir müssen jetzt in die Richtung. Okay. Ach, sollte man mal eben aufs Madl warten, würd ich sagen, ne? Ja. Gut. Okay. Sei vor, alles schön, dass du da bist. Ich komm rein und es geht um Bilder von einem Dreier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dabei bleib oder wieder irgendwann rausgehen sollte. Dabei bleiben, definitiv. Ich lade jetzt wieder rein. Ja. Ja, ja, Madl kommt auch gerade wieder rein, also von daher... Bleib definitiv dabei. Dann geh ich jetzt in die Pilze. Okay. Oh, nicht besser. So, bin wieder da. Geht du weiter. Ja, okay. Was? Jetzt bietet Simonowitsch mir Geld an? Was? Ne, ein Handel jetzt im Ernst. Oh. Was denn? Was kommt jetzt? Ich hab Angst. Dann pflück ich Pilze. Oh, das hast du gehört. Oh, du bist ja süß, Simonowitsch. Ja, das liegt daran, weil ich noch eine Knarre zuhause liegen hab. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ich kann keine Pilze ernten. Ich kann keine Pilze ernten. Weil ich da schon dran gewesen bin? Keine Ahnung. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Nein. Aber die Fleischhaufen laden bei mir auch nicht? Ne, bei mir auch nicht. Wer? Die liegen hier irgendwie so nur rum. Irgendwie hab ich das Gefühl. Okay. Oh, doch nicht. Der jetzt, den konnte ich jetzt doch mal eben... Na, der ist bei mir... Er lädt und lädt und lädt und... So. Hä? Was sieht aus wie ein... Als wenn ich hier... Was? War mäßig schonmal? Das sieht so gleich aus hier, die Höhle. Ja, da sind wir raufgegangen. Nehm nur die Pilze mit, die ich mitnehmen kann. Ich hab nur ein bisschen Angst bei dieser Höhle, weil ich das letzte Mal jetzt rausgeflogen bin und nicht wieder reingekommen bin. Ja. Wir halten uns von allen... Wasserfällen fern. Ja, definitiv. Kein Duschen unterm Wasserfall. Auch nicht zu dritt. Haaaah... Entschuldigung. Hahaha. Oh, 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 oh. Aaaaah! Oh, danke, Madl. Hahaha. Achso, ich dachte, du schießt auf Timonowitsch. Ich hab auf Timonowitsch geschossen. Jetzt ist ich auf die Bayern langs. Oh, ein legendärer. Okay. Den kratze ich gar nicht an. Okay. Mein Scharfschützen gibt es. Mein Laser. Ah, das ist irgendwo ein König. Der schreit. Junge, Junge. Der frisst aber. Oh, der heilt sich. Ja, er ist mortiert. Ich habe mir auch keine Anflage gekriegt. Na, jetzt aber. Ja. Ein blutbeflecktes Gatling-Geschütz. Mit 10 Meter. Okay. Ja, das Fleisch kann ich mal mitnehmen. Und die nehme ich auch mal eben mit und dann ist gut. Wie gesagt, allein durchs Kochen habe ich sicher schon ein zweiter Label gemacht. Ja, das ist ja nichts wie Rannanherd, würde ich mal so sagen. Ja. Ich habe eben die Waffe genommen, eine 10 Millimeter Maschinenpistole. Habe aber das Overlay von meiner Waffe gehabt, die ich eben gerade schon gehabt habe. Muss ich nicht verstehen, oder? Ganz, ganz merkwürdig. 5 Millimeter habe ich nicht viel mit, aber ich nehme sie mal. So. Simonowitsch hat sich auch umgezogen. Oh oh, dann weiß er was, was wir noch nicht wissen. Ja. Hier ist eine Falle, Vorsicht. Das macht aber ganz schön Rums. Ich wollte gerade sagen, was ist Rums denn hier? Meine Gatling. Oh, du hast eine Gatling. Ja, die war in dem legendären Typen drinnen. Deiner Wetter. Hast du auch eine, hast du eine Karte dafür? Nein. Dass du schwere Waffen besser tragen kannst, oder sowas? Nein, nein. Okay. Aber sie macht trotzdem schön Rums. Ja, das glaube ich gerne. Und nachdem ja mein Laserscharfschützengewehr jetzt hops gegangen ist, ist es eine gute Alternative. Ach ja, ich wollte gerade sagen, wir sind hier in der falschen Ecke, ne? Da hinten geht es weiter. Ja. Das ist Simonowitsch, alles klar. In der Kiste hast du noch mehr. Ach, das habe ich jetzt erst gesehen. Oh. Ein König, ein Leuchtender. Ja. Ja. Okay, ich habe Angst. Aber gut. Ach, wird schon. Wir haben Simonowitsch dabei. Ja. Was bitte? Die haben keinen großen Anspruch. Was? Ich bin mir ganz. Habe ich von einem Freund gehört? Ich weiß nicht. Ich mag jetzt gerade nicht wirklich gucken. In welchem Ohr das Wasserfall? Ja, jetzt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bürgermeierlerk, okay. Okay, da müssen wir aber nicht hin, ne? Die gefällt mir, die Waffe. Ne, hier liegt nur noch einer. Liegt ein bisschen. Oh, 556. Jetzt habe ich aber die Dings nicht dabei. Verdammt. Die Waffe nicht dabei. Da liegt ein Seesatz mit 10 Millimeter. Ach, was will ich denn mit 45er? Die kannst du mir geben. Die 45er. 45er? Ja, es ist nicht viel, aber kann ich dir gerne wieder reinmachen. Warte. Jo. Äh, Muni. Also dann gebe ich dir die Munition in die... Genau. Die 10 Millimeter gebe ich dir da auch rein. Auch nicht viel, aber besser ist nicht. Oh, wenn es reicht, um wenigstens ein bisschen Schaden zu machen, ist schon nicht schlecht. Was, 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 was? Hier ist der Bär, wo ich dir das Foto geschickt habe. Warte, 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 Simonowitsch. Was? Jetzt noch nicht? Okay. Oh, ja! Oh, wie süß. Da habe ich dir das Foto geschickt. Der Gruselteddy. Ja, mit den, mit den, mit den, mit den Gebeinen und den Kerzen und ich fand's süß. Das ist total süß. Ein Gruselteddy mit Knochen. Ah, warte. So. Ja, ich kann ihn leider nicht mehr mitnehmen. Ich, ähm, habe momentan Kuscheltierverbot. Ja. Ich habe einfach zu viele. Ich habe schon auf zwei reduziert. Okay. So, warte, warte, warte. Jetzt kann ich ihn fotografieren. Alles klar. Oh, schieße ein Foto, während du in einer Gruppe bist. War eine Challenge, danner Wetter. Okay. Gut, wir können weiter. Dann weiter zu Queen, ne? Oh, Simonowitsch brauche auch jede 45er, sagt er gerade. Ah, okay. Okay. Ach so, ach so, okay. Jetzt habe ich es verstanden, Seifo. Alles klar. Okay. Alles gut. Oh, 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 oh. So, da kämpfst du hinten auch noch. Ach so, hattest du auch gerade. Entschuldigung. Ich hatte nur gehört, dass Simonowitsch am Stöhnen ist. Deswegen bin ich da gleich hingelaufen. Nein, ich hatte nur einen Bürger. Ach so, die geht. أ The The